Abend in der Pizzeria Freitagabend gehe ich zur Pizzeria. Der Ort ist voll. Der Duft von Pizza liegt in der Luft. Ich bestelle meine Lieblingspizza, Salami und Pilze. Dazu trinke ich ein kaltes Bier. Die Musik spielt im Hintergrund. Leute reden und lachen. Es ist eine fröhliche Atmosphäre. Ich genieße jeden Bissen meiner Pizza. Sie ist knusprig und lecker. Nach dem Essen trinke ich einen Espresso. Ich fühle mich entspannt und zufrieden. Ein Abend in der Pizzeria ist immer ein Genuss.